Schafe kommen in unserer heutigen Gesellschaft ganz gut klar. Beispielsweise im Bücherladen, wo es viele, viele, viele Bücher gibt. Was möchtest du dir in keine Schäfchen? Ähm, ich möchte gerne die Elfen von Bernhard. Hä, nein. Gut, das kann ich dir geben. Ein sehr gutes Händelbuch. So, was willst du noch? Das war alles. Außerdem vertreiben sie ihre Zeit damit, ins Kino-Blockbuster sehen zu gehen. Oh, auch ein Lauf der Blumen. Ich schwöre nur doch so sehr für ihn. Was sie auch ganz gern machen, ist leidenschaftlich Bundy-Jumping. Hui. Waa. Was leider nicht immer so gut klappt. Autsch. Wolle, sie springen über Bücher. Hui. Oder, sie verfassen am Computer spannende Fantasy-Geschichten. Also. Oder, sie spielen Rock-Titel auf dem Kavir. Das macht dann doch lieber ein anderer für sich. Wie der Rundbeweis ist bewiesen, dass Schäfe ganz aufwechslungsfreiche Sachen machen. Genau. Oh.